Die mentalen und ökonomischen Belastungen für Millionen von Menschen in Deutschland sind enorm. Es ist richtig, dass der Bundestag Liquiditätshilfen, Kredite und Kreditbürgschaften beschlossen hat. Allerdings befürchte ich, das reicht nicht. Gesundheitsschutz hat oberste Priorität. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, auch Arbeitslosigkeit und Armut sind ungesund. Statt Hilfen sollte es Entschädigungen geben, wie es auch im Infektionsschutzgesetz für individuell begründete Tätigkeitsverbote gilt. Ich plädiere dafür, dass ein Teil des aus Gesundheitsgründen notwendigen Herunterfahrens der Wirtschaft und Gesellschaft von uns allen gemeinsam getragen wird. Denn niemand kann ein Interesse daran haben, wenn nach der Krise weite Teile des Mittelstandes der kleinen und mittleren Unternehmen hinweggefegt sind. Das gilt es zu verhindern. Untertitelung des ZDFs Untertitelung des ZDFs